American Kids 32 Counts, 4 Bände und ein E-Start Wir starten einmal mit den Schritten Der Tanz beginnt mit rechts und wir haben Heel Heel, Walk, Walk Touch, Touch Danach haben wir ein Viertel-Monthry-Turn Wir haben also Point Schließen, Viertel-Turn Point, Schließen Danach haben wir eine Jazzbox und mit links einmal im Cross haben wir einen Side Touch, Point Touch, Side, Behind Viertel, Brush Mit rechts haben wir dann Step Halber Turn Step mit rechts Viertel Turn Das machen wir einmal mit Couch Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Der Restart ist nun einmal in der sechsten Runde Nach zwölf Kampfs Richtung Sex Nach zwölf Kampfs Richtung Sex